In Karlsruhe begrüße ich jetzt dazu meinen Kollegen Kolja Schwarz. Es gab also offenbar einen V-Mann. Was weiß man jetzt alles über die Gruppe? Ja, man weiß, dass es einen harten Kern gab. Das sind vier beziehungsweise fünf Mitglieder, von denen man sagt, die haben diese rechte Terrorzelle gegründet und weitere acht Unterstützer, also insgesamt 13 Personen, darunter bekannte Neonazis, ein Gefährder. Das soll dieser Anführer der Gruppe sein, also Gefährder. Das heißt, die Behörden hatten diesen Mann schon länger auf dem Schirm. Sie haben ihm Anschläge zugetraut, also haben ihn auch beobachtet. Und auch ein Reichsbürger soll darunter sein. Jetzt gab es ja die Durchsuchungen am Freitag und da haben sich eine ganze Menge neue Erkenntnisse noch gezeigt. Man hat Waffen gefunden, das haben wir gerade gehört, selbstgebaute Handgranaten, auch andere scharfe Waffen, viele Messer, Schwerte, Äxte. Also da ist eine ganze Menge gefunden worden. Man hat diese Gruppe sehr lange beobachtet. In Chatgruppen wusste man sehr genau, was vereinbaren die da. Sie wollten bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland erreichen. Sie wollten Anschläge begehen, zum Beispiel auf Moscheen in vielen kleinen Orten. Gleichzeitig wollten sie Anschläge begehen. Diese Anschläge waren noch nicht ganz konkret geplant. Also es gab noch keine Zeiten und Orte, aber es gab reale Treffen zwischen diesen Mitgliedern, die sich eigentlich im Internet kennengelernt haben. Und da hat man darüber gesprochen, wie man diese Ziele umsetzen kann. Und man hat auch Geld gesammelt und man hat darüber gesprochen, wie man möglichst viele Menschen, radikale Menschen, gewaltbereite Menschen mobilisieren kann, das zu tun. Das weiß man auf der einen Seite von den Chats und weil man diese Gruppe beobachtet hat, aber eben auf der anderen Seite auch, weil man diesen Informanten, einen der fünf zur Gruppe gehörenden hatte und der schon im Oktober ausführlich der Polizei gegenüber gesprochen hat. Sie haben gerade gesagt, es gab noch keine Zeiten und keine Orte, aber offenbar müssen die Pläne der Gruppe ja so weit vorangeschritten gewesen sein, dass man Sorge hatte. Wie weit waren Sie denn vorangeschritten? Ja, also soweit, dass die Gruppe zum Beispiel darüber geschrieben hat, dass man sehr schnell sehr viele Menschen mobilisieren könnte, die dann auch radikal losziehen würden. Das ist die Rede von 2000, 2500 Menschen, die man sehr schnell mobilisieren kann. Ob das wirklich so stimmt, ob das so gewesen wäre, das wissen die Ermittler, glaube ich, noch nicht. Und wahrscheinlich hätten die Ermittler auch noch ein bisschen gewartet, um zu gucken, wie konkretisieren sich diese Pläne? Also wo genau will man Anschläge begehen? Es hieß ja neben den Moscheen auch, dass man Anschläge auf Politiker begehen will und so weiter. Wahrscheinlich hätte man noch ein bisschen gewartet, wenn dieser Kontakt zu diesem Informanten jetzt in der letzten Woche nicht abgebrochen wäre, warum auch immer der abgebrochen ist. Und da hatten die Ermittler einfach Angst, dass jetzt vielleicht doch spontan irgendwie was passiert. Und deshalb haben sie gesagt, wir gehen jetzt rein in die Wohnungen von den Beschuldigten. Wir gucken jetzt, sind da wirklich Waffen da? Und wie hoch ist das Gefahrenpotenzial? Und das muss jetzt natürlich noch in Ruhe ausgewertet werden. Und auf der anderen Seite wusste man auch nicht, ist dieser Informant vielleicht aufgeflogen? Hat er vielleicht doch der Gruppe was gesagt, dass er mit der Polizei spricht? Auch deshalb hat man jetzt so überstürzt, sage ich mal, gehandelt. Denn gut vorbereitet war das letzte Woche nicht, sondern man ist dann wirklich am Freitag da rein und hat dann sehr viel gefunden. Und deshalb dann auch kam es dann zu diesen vorläufigen Festnahmen und zu den Haftbefehlen am Bundesgerichtshof am Samstag. Zu der Einschätzung überstürzt passt ja auch, dass es teilweise widersprüchliche Angaben gibt, ob der V-Mann jetzt der 5. oder der 13. war. Wie viele waren es denn insgesamt? Ja, also zu dieser Gruppe zählt man tatsächlich 13 Personen. Das war von Anfang an so. Da hieß es, es sind 13 Beschuldigte, 5, die zum harten Kern, also zu dieser terroristischen Vereinigung gehören und 8 Unterstützer. Und dann wunderte es schon ein bisschen, warum man dann nur 12 festgenommen hatte und zwar nur 4, die zur Gruppe gehören und 8 Unterstützer. Da wunderte man sich, was ist mit dieser fünften Person los? Warum ist die nicht festgenommen worden? Und das ist jetzt so ein bisschen die Erklärung dafür, dass diese fünfte Person der Informant war. Also ich sage mal, diese 13 Leute, das sind die jetzt, um die es geht. Aber wenn man, was wir hören aus Ermittlerkreisen, so gab es doch auch Kontakt zu vielen anderen schon im Internet. Und man hat eben versucht, viele andere zu mobilisieren, um da mitzumachen. Das zeigt so ein bisschen die Dimension dieses Falls. Nach den Erfahrungen mit dem NSU, zeigt dieser Fall auch, und Sie sagten gerade die Dimension, dass die Behörden jetzt wachsamer sind? Auf jeden Fall, das würde ich so sagen. Das wird auch immer wieder betont hier von der Bundesanwaltschaft, aber auch von den Bundes- und Landeskriminalämtern. Man ist wachsamer und man schaut ganz genau hin. Die Gefährdung von rechts ist ganz genau bewusst, glaube ich, allen Beteiligten. Man spricht sich auch genauer miteinander ab. Und man ist auch im Internet wesentlich wachsamer und schaut, was da geht. Hier kam der Hinweis ja wohl vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch das zeigt, da arbeitet man zusammen. Und es gab ja auch andere Gruppen, die man schon festgenommen hat. Nach Revolution Chemnitz zum Beispiel und nach dem NSU natürlich, ja, da sind, glaube ich, schon einige aufgewacht. Kolja Schwarz, vielen Dank nach Karlsruhe. Sehr gerne.